Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um die besten Holz-Rudergeräte. Vorstellen möchten wir euch drei starke Modelle von drei verschiedenen Herstellern und auch aus drei unterschiedlichen Preisklassen. So sollte ein passendes Holz-Wasser-Rudergerät für eure Ansprüche dabei sein. Bleibt also unbedingt bis zum Schluss dran, um alle Modelle kennenzulernen. Schaut auch nach dem Video gerne mal unten in der Beschreibung nach, um mehr zu den Modellen zu erfahren oder eines der Holz-Rudergeräte auch direkt zu euch nach Hause zu bestellen. Viel Spaß beim Video und auch gleich dem ersten Holz-Rudergerät der Einsteigerklasse. Zuerst möchten wir euch das Capital Sports Stalksman 2.0 Rudergerät vorstellen. Es handelt sich hier um ein Holz-Rudergerät, welches in einer dunkel- oder auch hellbraunen Echtholz-Variante erhältlich ist. Herzstück dieses Holz-Rudergeräts ist aber natürlich der große Wassertank, welcher einen mithilfe des ergonomisch geformten Wasserpaddles ein äußerst naturnahes Trainingserlebnis verschafft. Es ist so, als würde man tatsächlich über einen See rudern. Dabei läuft die 120 cm lange, hölzerne Doppelgleitschiene mit Kunststofflaufbahn auch äußerst geschmeidig und geräuscharm. Für einen sicheren Halt sorgen hier die in auch vier Stufen einstellbaren Fußrasten und auch der gummierte ergonomische Rudergriff. Auf dem LCD-Display hat man während des Workouts hier alle wichtigen Daten im Griff. Der Minicomputer zeigt die zurückgelegte Strecke, Ruderzüge pro Minute, verbrauchte Kalorien und auch die Leistung zuverlässig an. Das Stalksman 2.0 Buchen-Echtholz-Rudergerät überzeugt zudem auch durch seine Bodenrollen zum einfachen Versetzen. Zudem ist das Modell für ein platzsparendes Verstellen auch senkrecht aufzubewahren und geliefert wird es schon fertig in einem Stück, womit man sich hier auch den Aufbau spart. Wenn das alles interessant für euch klingt und euch auch vor allem der günstige Preis des Stalksman 2.0 lockt, dann könnt ihr euch nun über den ersten Link in der Beschreibung noch weiter zum Modell informieren oder dieses Holzrudergerät auch direkt zu euch nach Hause bestellen. Bleibt aber auch noch gerne dran, denn zwei weitere Modelle möchten wir euch ja vorstellen. Machen wir als nächstes mit dem Mittelklasse-Modell weiter, dem gleichzeitig auch beliebtesten Holzrudergerät. Es handelt sich um das Sport Plus SPWR1800. Dieses Modell überzeugt durch sein hochwertiges Eichen-Massivholzgestell und seine insgesamt hochwertige Verarbeitung an allen Komponenten. Dieses natürliche, robuste, aber auch zeitlose Design passt hervorragend in jedem Wohnraum. Der robuste und nachhaltige Werkstoff Eiche zeichnet sich zudem auch durch eine hohe Langlebigkeit aus. Des Weiteren sind alle wichtigen Dinge wie beispielsweise der Griff, Sitz oder auch die Schienen mit hochwertigem Kunststoff ausgestattet. Das 2,10 Meter lange Rudergerät ist beim Arbeiten sehr laufruhig, angenehm und auch leise. Personen mit einem Körpergewicht von bis zu 180 Kilogramm und von bis zu 2 Meter Körpergröße können auf diesem stabilem Gerät Platz finden und ein anstrengendes Workout absolvieren. Dafür hat das Modell hier verschiedene Trainingsprogramme, die voreinstellbar sind. Zielwerttraining und Intervalltraining kann man hier in drei verschiedenen Modi einstellen. Die aktuellen Ruderzüge, die Trainingszeit, Kilometer und der Puls werden hier alle über den kleinen Trainingscomputer angezeigt. Des Weiteren besitzt das Modell auch eine App-Konnektivität. Hier kann auch die Sport Plus App mit einem passenden Trainingsgut verbunden werden, womit man hier auch alle Echtzeitdaten seines eigenen Pulses und der verbrannten Kalorien angezeigt bekommt. Dafür besitzt das Modell auch noch eine ausklappbare Smartphone- bzw. Tablethalterung. Des Weiteren überzeugt das Modell durch höhenverstellbare Aufstellfüße, Transportrollen zum einfachen Verschieben und auch Aufstellen des Modells sowie durch die verstellbaren Fußrasten, durch die man das Modell an die eigene Körpergröße anpassen kann. Ein sehr starkes, hochwertiges und auch smartes Modell, welches einige tolle Extra-Funktionen wie die Trainingsprogramme und die App-Kompatibilität besitzt. Wenn vor allem das für euch interessant ist und ihr bereit seid, die ca. 250 Euro mehr auszugeben, die das Sport Plus Holzrudergerät kostet, dann könnt ihr euch über den zweiten Link in der Beschreibung noch weiter zu diesem Modell informieren. Bleibt aber auch gerne noch dran, um als drittes und letztes das Premium-Modell im Vergleich kennenzulernen. Mit noch einmal ca. 200 Euro mehr bekommt man das Holzrudergerät Stierke vom Hersteller Scandica. Dieses hochwertige Premium-Holzrudergerät, designt and made in Germany, kommt mit den Abmessungen von 2,11 m in der Länge, 54 cm in der Breite und 68 cm in der Tiefe. Das Dürke 2 funktioniert ebenfalls mit einem Wassertank, welcher für ein sehr naturgetreues Rudern sorgt. Dieser ist in neun verschiedenen Widerstandsstufen auffüllbar und bietet damit ein sehr variables Training. Geeignet ist das Modell ebenfalls für bis zu 2 m große und 180 kg schwere Menschen und überzeugt vor allem durch sein spezielles Design, der Doppel-Rail. Das Modell, welches aus nachhaltiger deutscher Esche gefertigt ist, hat durch die neuartige zusammenliegende Doppel-Rail ein speziell ergonomisches Design. Dieses ermöglicht noch ergonomisch korrektere Bewegungsabläufe für ein beschwerdefreies Absolvieren, auch langer und intensiver Einheiten. Passend dazu kommt auch der ergonomisch geformte, extra gepolsterte Sitz und der an die Handflächen angepasste Rudergriff mit Anti-Rutschbeschichtung. Auch kann man die Fußrasten noch individuell an die eigene Schuh- und Körpergröße anpassen und trotz dieser ganzen Ergonomiefunktion und auch dem recycelten Holz besitzt das Modell nicht nur ein sehr optisch ansprechendes Design, sondern auch eine sehr hohe Stabilität. Wie gesagt, ist das Modell für Leute bis 180 kg ohne Probleme geeignet. Auch in Sachen Funktionen und Programmen kann das Modell überzeugen. Erst einmal verzichtet das Modell hier komplett auf einen Trainingscomputer und lässt sich direkt mit einer Smartphone-App koppeln. Dafür hat das Modell ein spezielles Modul, welches per Bluetooth mit dem Smartphone oder Tablet verbunden werden kann. Und in Kombination mit der speziellen Scandica Training Data App, welche für iOS und Android verfügbar ist, bekommt man hier alle wichtigen Daten wie Zeit, Zeit auf 500 Meter, Distanz, die Ruderzüge, Ruderzüge pro Minute, Geschwindigkeit, den Puls und so weiter angezeigt. Auch kann man das Modell mit der Kinomap-App verbinden und bekommt hier über 25 Trainingsvideos, davon 7 spezielle Rudervideos, mit denen man sein Training noch vereinfachen kann. Und zu guter Letzt ist das Modell natürlich auch platzsparend verstaubar. Es kann ganz einfach aufgestellt und durch die Transportrollen immer an den richtigen Platz gebracht werden. Das Scandica Stürke ist zusammengefasst noch einmal das umweltfreundlichste, weil es aus recyceltem Holz gefertigt ist, das modernste in Sachen Computerleistung. Es verzichtet komplett auf diesen Minicomputer und ist nur noch mit einer Trainings-App von Scandica zu verbinden und ist überzeugt durch den ergonomischsten Aufbau durch die besonders enge Doppel-Rail. Zudem kann das Modell auch mit der Kinomap-App verbunden werden und ist insgesamt vor allem auf eine hohe Performance und Leistung ausgerichtet. Wer also vor allem auf der Suche nach so einem Modell ist, der ist beim Stürke 2 von Scandica richtig aufgehoben. Das Modell ist zusätzlich in vier verschiedenen Farbvarianten erhältlich. Alles weitere zum Modell und die Möglichkeit, es sofort kostenlos zu euch nach Hause zu bestellen, habt ihr über den dritten Link in der Beschreibung.